Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Dein Bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von elektrischen Zahnbürsten aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen, so dass ihr eine gute Kaufentscheidung für euch treffen könnt. Wollt ihr euch noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der elektrischen Zahnbürsten bestellen, schaut einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir euch alle drei Varianten verlinkt. Bleibt bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstiges Modell haben wir die Philips Sonicare Protective Clean 4500. Du möchtest strahlend weiße Zähne haben, aber möchtest nicht viel Zeit und Geld dafür aufwenden, dann haben wir das perfekte Produkt für dich. Die Philips Sonicare Protective Clean 4500 elektrische Schallzahnbürste bietet dir zwei Programme, Clean und White, für eine perfekte Zahnpflege. Diese Zahnbürste reinigt sanft und sichert deine Zahnzwischenräume und es schonet für dein Zahnfleisch. Sie entfärbt Verfärbungen und sorgt nach nur einer Woche für natürlich weißes Lächeln. Mit einem komplett geladenen Lithium-Ionen-Akku hast du bis zu zwei Wochen Betriebszeit. Im Lieferumfang ist dein Bürstenkopf enthalten. Mach dich bereit für ein strahlendes Lächeln mit der Philips Sonicare Protective Clean 4500. Für mehr Infos zu diesem Modell, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das Modell auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir die Philips Sonicare Diamond Clean 9000. Wenn du noch ein Produkt suchst, das deine Zähne strahlend weiß und sauber hält, haben wir die perfekte Lösung für dich. Das Diamond Clean 9000 Handgerät mit dem C3 Premium Plug Defense Bürstenkopf. Mit dieser Kombination kannst du bis zu 5 mal mehr Verfärbungen entfernen und bis zu 10 mal mehr Plug beseitigen als mit einer herkömmlichen Zahnbürste. Das Beste daran ist, dass das Diamond Clean 9000 Handgerät mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet ist, der bis zu 14 Tage lang hält. Du kannst also sicher sein, dass du immer eine gründliche Reinigung bekommst, wann immer du es brauchst. Mit dem Diamond Clean 9000 bekommst du nicht nur eine gründliche Reinigung, sondern auch ein strahlend weißes Lächeln. Durch die Sonicare App hast du stets Zugriff auf deinen persönlichen Fortschrittsbericht. Dieser hilft dir dabei, am Ball zu bleiben. Alle weiteren Infos zu dieser elektrischen Zahnbürste könnt ihr im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir euch nun den absoluten Bestseller, die Philips Sonicare 9900 Prestige vorstellen. Du bist auf der Suche nach der perfekten Zahnbürste, die nicht nur gründlich reinigt, sondern auch auf deine individuellen Bedürfnisse eingeht. Dann haben wir die Lösung für dich. Diese fortschrittliche elektrische Zahnbürste mit Schalttechnologie und Sense IQ. Die Zahnbürste wurde von der Stiftung Warentest zum Testsieger gekürt und bietet zahlreiche Vorteile. Sense IQ erkennt deinen Putzstil und passt ihre Intensität bei zu starkem Druck an. Außerdem erhältst du personalisierte Gesundheitstipps. Mit dem All-in-One-Bürstenkopf entfernst du bis zu 20 Mal mehr Plagg als mit einer Handzahnbürste. Dein Zahnfleisch wird bis zu 15 Mal gesünder in nur 6 Wochen und Verfärbungen werden bis zu 100% reduziert. Dank der künstlichen Intelligenz in der Sonicare App wird jedes Zähneputzen festgehalten und unterstützt dich bei einer besseren Zahnpflege, sogar ohne Smartphone in der Nähe. Die Zahnbürste verfügt über Sensoren, die dir in Echtzeit Feedback geben, wenn du zu viel Druck ausübst oder zu stark schrubbst. Überzeuge dich selbst von der fortschrittlichsten elektrischen Zahnbürste auf dem Markt und erlebe eine gründliche, personalisierte Zahnpflege wie nie zuvor. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten euch die Kaufentscheidung erleichtern. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurer neuen elektrischen Zahnbürste.